wir sind alle los alter du kannst auf schiff springen wird schon nicht verarschen ich bin doch jetzt gehen ja du kannst jetzt gefahren ich bin alleine bei c digga wieso schwimm ich wie kann er mich aus von einem jetski im wasser oh mein gott und spiel schließen alter weil nichts reagiert dieses spiel gar nicht man sieht es oh mein gott wie er kämpft sonst hätte er den kill gar nicht jetzt bekommen ach du scheiße bleibt ja nicht stehen das gibt es doch alter bleibt mitten da stehen also kannst du nicht einfach stehen bleiben ein scheiß boot geworfen er bleibt irgendwo stehen und schaut aus dem feld aus dem boot raus kein wunder wir haben die führung hier ist jemand nicht benehmen wir verlieren das b das b kann man helikopter auch nehmen der feind hat oh mein gott was nicht viel los okay die haben das echt zu krass gemacht das spiel alter wir sagen wir zwar einfach nur rumlaufen und jetzt sei wenn der mei wenn wir hier schwimmen während du ja ja sicher ist abgesichert die märz ist du bist du darfst nicht so viel reden man hört nix man hört so nix man hört nix der feind hat nix man hört nix wenn du rede ist nix nix denn die nix Dann ist D, der Idiot. Im Spawn. Okay, warte. Das Spiel hat so viele Fehler. Nicht! Okay, geht rein. Weg. Wir verlieren D. Bei D ist jemand. Da kommt noch einer. D ist mehrere drin. Was? Oh mein Gott. Euer Richtmikrofon wurde gestört. Komm, lad nach. Leute, ich hab alleine A. Ein kurz, ganz kurz. Versterblich. Seid froh. Oh mein Gott, was mach ich hier? Ich bin so haram. So haram. Junge, ich bin so haram. Was ist das für ne Lobby? Das sag ich doch grad. Das war, weil er gesucht hat vorher. Junge, was ist das für ein Lob? Oh, oh. Oh mein Gott. Nein. 16, 2. 16. Bei mir hängt das Spiel. Ach du Scheiße, man. Die sind alle bei D. Die sind alle bei D. Bei mir hängt das ganze Scheiße. Wir liegen in Führung. Wir kontrollieren deine Ziele. Nicht D nehmen, nicht D nehmen. Alter, die sind so dumm. Wenn D nehmen, nicht D nehmen. Die sind so lost. Warum sind die so lost, Marc? Schau. Das ist so dumm. Das ist die D einnehmen. Wie er wieder runter gehen will. Hast du den gesehen? Feind hat B eingenommen. Wir haben Alpha verloren. Wir verlieren Charlie. Nein, der hat nicht ging. Wir kommen gleich wieder rüber. Wir kommen rüber. Einer ist reingegangen bei D. Wir verlieren D. Wir haben C verloren. Er ist weitergelaufen. Nope. B wird gesichert. Ihr habt hier... Ist das offen oder zu? Ne, offen. Hä? Offen hat er. Bravo ist auch gesichert. Was? Wo war denn der? Warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn ihr das wieder... Bitte schaut euch das an, wie er gekämpft hat. Die kämpfen trotzdem. Was macht er? So. Nein, da ist noch einer. Schieß ihn doch ab. Er ist doch neben dir. Alter, mein Team ist so lost. Bei E.B. Habt ihr den bei E.B.? Ja, habt ihr. Ja. Nachdem, nachdem... Oh Gott. So lost. Das Problem ist, die töten dich halt so random, weil die irgendwo abcampen. Und nicht, weil die schlecht sind. Was ist ich mein? Sehr wird gesichert. Einfach, weil die irgendwo warten. Und du... Aber es wird jetzt... Ich bin der einzige... Wir campen da. Ich bin der einzige... Ja, du stirbst da. Da ist einer mit Sniper. Ja, weil einer mit Sniper campt hat. Schau, 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 schau. Die sind nicht gut. Das ist ja... Die gehen links und rechts. Schau. Ja, tot. Oh mein Gott. Wie die campen. Die bewegen sich nicht mal mehr. Hab ich dich? Die bewegen sich nicht mal mehr. Hab ich doch gesagt, Alter. Dann geh von unten runter. Warte. Oh mein Gott. Sind die elend. Links. Da läuft einer. Wir sind vorbeigezogen. Da läuft einer hinter euch. Hinter euch. Da kommt einer gleich zu dir. Ja, ja, ja. Ne, hast du nicht. Der ist immer noch hier bei euch, Alter. Hab ihn doch. Hab ihn. Nein. Gerade abgeschossen. Gerade nach 10 Minuten. Ja, keine Ahnung. Ja, mein Team ist so elendig. Drei Leute. Vier Spionage. Oh, oh, komm. Bitte. Nein. Vier Leute. Den einen hab ich. Wo sind denn unsere ganzen Leute? Weiß ich nicht. Jetzt haben die C eingenommen. Ich kann nicht dahin gehen zu D. Weil die sind alle bei D. Keiner von denen kommt von D. Keiner von denen. Let's go. Kommt von D. Rüber. Alle Chins bei D. Heavens. Ich hab eine scheiße Mine. Kannst du auch Mine legen. Ich war schon 5 Meter weiter weg. Und die erwischt mich noch. Wie geht das? Spionage Flugzeug. Bereit für den Eintrack. Jungen. Junge. Komm. Jetzt. Oh man. Es sind alle hier. Hab ihn. C4. Nope. Da kommt der. Da kommt einer rein. Pass auf. Keine Ahnung was der macht. Oh mein Gott. Wie viele sind hier? Oh mein Gott. Wie viele sind hier? Oh mein Gott. Wie viele sind hier? Das sind so viele. Es sind so viele. Es sind so viele. Das Problem ist nicht, dass sie schlecht sind. Es sind so viele. Irgendjemand wird nicht schon damit. Mit dem Scheiß töten. Aim assist. Sind immer noch hier. Oh mein Gott. Wie viele. Schau. Oh mein Gott. Ich muss runter. Es sind so viele da oben. Alter. Der eine liegt am Boden vor der Tür. Und hält viel. Oh mein Gott. Wie viele? Wie viele? Wie viele? Wo sind die? Junge. Es ist so traurig. Junge Hedgehog. Was machst du? Join doch einfach nach. Kerl. Ich kann nicht rein. Eure Privatspferde ist oft geschlossen. Was? Hä? Wieso konnte es sui? Das zum Beispiel. Oh mein Gott. War das gerade traurig. Ich schieße eine scheiß Kriegsmaschine auf ihn. Aber er kann mich immer noch abschießen. Währenddessen ich auf ihn schieße. Zeig ich doch. Hier. Drück mal Options-Taste. Und geh mal auf Soziale und lad mich mal ein. Vielleicht komm ich so rein. Habt ihr weiter und flüstern? Das kann ich nicht. Erroger sichert. Erroger sichert. Erroger sichert. Erroger sichert. Erroger sichert. Erroger sichert. Join mal bei mir nach nicht bei sui. Ich hab privat. Erroger sich mal. Was? Alter. Ich steh. Stimmt.